In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man in Lumina 4 mit Masken arbeitet. Mit Hilfe von Masken kann man definieren, dass sich Filter nicht immer auf das gesamte Bild auswirken sollen, sondern nur gezielt auf bestimmte Bildbereiche. Solche Masken kann man zum Beispiel direkt über die Filter selbst definieren. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel den Filter Farbe in der Kategorie Wesentliches geöffnet und hier findet sich die Schaltfläche Maske bearbeiten. Diese befindet sich auch in anderen Filtern und dementsprechend kann ich pro Filter entsprechend auch Masken erstellen. Wenn ich da einmal darauf klicke, habe ich die Möglichkeit, eine Maske mithilfe eines Pinsels, eine Radialmaske, eine Verlaufsmaske und einer Luminanzmaske zu erstellen. Sagen wir einmal, ich möchte bei diesem Bild gerne die Sättigung im Bild erhöhen. So kann ich hier natürlich diesen Sättigungsregel nehmen, ganz nach rechts ziehen und alle Farben im gesamten Bild werden in ihrer Sättigung verstärkt. Ich möchte aber, dass zum Beispiel im Bereich der Blüte die Sättigung verstärkt wird, aber nicht im Bereich des Hintergrundes. Ich setze das also zurück, klicke auf Maske bearbeiten und könnte jetzt zum Beispiel gezielt mit einem Pinsel arbeiten. Auf diese Art und Weise haben wir hier oben jetzt eine neue Zeile. Ich sehe jetzt, dass ich das Ganze maskieren kann. Ich kann malen oder radieren. Ich kann die Größe des Pinsels einstellen, indem ich hineinklicke und die Pinselgröße anpasse. Ich kann die Deckkraft des Pinsels anpassen. Bei 100% kann ich entsprechend volldeckend malen, bei 50% etwas weniger deckend. Das heißt, ich kann mehrmals über Bereiche malen und so etwas vorsichtiger vorgehen. Und über die Weichheit definiere ich, wie weich der Pinsel sein soll, beziehungsweise wie weich der Rand, die Kontur des Pinsels sein soll. Bei einer Weichheit von 0 ist entsprechend der Rand des Pinsels sehr hart und bei 100 entsprechend schön weich. Wenn ich diese Maske ins Bild male, möchte ich diese in der Regel sehen. Deshalb klicke ich hier beim Maskieren auf das Augensymbol und male jetzt zum Beispiel hier über die Bereiche, die ich mit diesem Filter bearbeiten möchte. In diesen Bereichen sehen wir ein rotes Overlay und nur diese Bereiche werden jetzt von diesem Filter entsprechend beeinflusst. Bin ich fertig, kann ich jetzt auf Fertig klicken oder ich kann zum Beispiel auch diese Maske einmal ausblenden und diesen Filter ausprobieren. Das heißt, ich habe diese Bereiche jetzt ausgewählt, erhöhe die Sättigung sehr stark und wir sehen, in diesen Bereichen wird die Sättigung jetzt verstärkt. So sah das Ganze vorher aus, so sieht es jetzt aus und in den umliegenden Bereichen passiert in diesem Fall gar nichts. Ich blende nochmal diese Maske ein, denn wenn ich mich zum Beispiel mal vermalt habe, so kann ich dieses ebenfalls korrigieren, indem ich auf Radieren klicke, in diesem Fall idealerweise die Deckkraft auf 100 stelle, damit ich diese Bereiche auch vollständig entferne, male darüber, so und damit habe ich diese Bereiche wieder korrigiert, wähle wieder malen aus, kann entsprechend zum Beispiel die Deckkraft wieder reduzieren, wenn ich möchte, kann entsprechend hier diese Maske wieder ausblenden und hier arbeiten. Mit Klick auf Fertig habe ich diese Maske erstellt, kann aber jederzeit wieder über Maske bearbeiten, in diese Maske hinein, kann mir diese auch anzeigen lassen und weiterhin bearbeiten. Das Ganze funktioniert auch über Ebenen. Wenn ich zum Beispiel in den Bereich Ebenen gehe, könnte ich eine neue Ebene erzeugen und auch hier hätte ich zum Beispiel den Punkt Maske bearbeiten mit denselben Optionen. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Ebene verschiedene Filter anwende etc., könnte ich über diese Maske genau sagen, wo diese Ebene zu sehen sein soll. Das ist ganz praktisch. Ich werde diese Ebene nochmal löschen, wechsle wieder zu Farbe und setze das Ganze zurück. Jetzt klicke ich wieder auf Maske bearbeiten und wähle diesmal zum Beispiel eine Radialmaske aus. Hier wird jetzt gesagt, mit gedrückter Maustaste einen Kreis ziehen. Das mache ich jetzt einmal. Ich klicke also mit der linken Maustaste aufs Bild, halte diese Taste gedrückt und ziehe. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt diese Kreise aufgezogen. Damit definiere ich eine Maske. Diese möchte ich wieder anzeigen lassen, damit ich sehe, wo ich eine Maske erstelle. Dazu klicke ich hier oben wieder auf das Augensymbol. Und in diesem Fall habe ich definiert, dass sich dieser Filter nur in den außenliegenden Bereichen auswirken soll. Ich möchte aber ja gerne, dass hier diese Blüte beeinflusst wird. Das heißt, ich muss diese Maske umkehren bzw. invertieren. Dazu klicke ich hier oben auf diese Schaltfläche. Alternativ kann ich auch auf Maskieren klicken und hier Invertieren wählen. Ich klicke also auf Invertieren, habe das Ganze umgedreht. Das heißt, jetzt beeinflusse ich diese roten Bereiche in der Mitte. Ich kann bei diesen Kreisen auf diesen kleinen Punkt in der Mitte klicken und ziehen und auf diese Art und Weise diese Maske verschieben. Indem ich jetzt hier diesen inneren Kreis anklicke und ziehe, kann ich diese Maske verkleinern oder vergrößern und das Ganze dorthin positionieren, wo ich es haben möchte. So ungefähr blende diese Maske wieder aus und kann entsprechend jetzt hier wieder diesen Regler nehmen. So sah das Ganze vorher aus. So sieht es jetzt aus. Wenn ich auf Fertig klicke, kann ich entsprechend das Ergebnis wieder begutachten. Und hier müsst ihr allerdings darauf achten, dass wir jetzt nicht mehr ohne weiteres in die Radialmaske zurückkehren und das nochmal anpassen können. Probieren wir diesmal eine Verlaufsmaske aus. Allerdings möchte ich jetzt erstmal diesen Filter wieder zurücksetzen, klicke auf Maske, Verlaufsmaske. Ich klicke und ziehe und auf diese Art und Weise kann ich ebenfalls einen Verlauf aufziehen. Ich möchte jetzt wieder sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar so. Ich kann das Ganze über diesen Punkt wieder entsprechend bewegen. Mit den äußeren Linien kann ich zum Beispiel diesen Verlauf etwas enger gestalten. Dazu muss ich diese allerdings auch erwischen. So. Und dementsprechend hier diesen Verlauf ein wenig beeinflussen. Das heißt, überall dort, wo dieses Rot zu sehen ist, wirkt sich dieser Filter komplett aus. Auf der rechten Seite entsprechend gar nicht. Und hier bei diesem Verlauf eben nur teilweise. Das Ganze kann ich entsprechend hier bewegen. Ich kann das sogar drehen, wenn ich zum Beispiel auf diese mittlere Linie klicke und ziehe. Und auf diese Art und Weise ganz genau definieren, wo dieser Filter sich auswirken soll. Bei diesem Bild macht das nicht so viel Sinn, aber ich mache das einfach mal so. Als Beispiel blende das Ganze aus, erhöhe die Sättigung sehr stark. Und wir sehen, auf der linken Seite wird die Sättigung stark erhöht. Hier auf der rechten Seite zum Beispiel gar nicht. Vorher, nachher, vorher, nachher. Das Ganze ist eben auch bei Masken von Ebenen möglich. Bei einer Luminanzmaske wird gewissermaßen eine Schwarz-Weiß-Version des Bildes als Maske verwendet. Gewissermaßen anhand der Luminanz-Informationen eines Bildes. Und das bedeutet, überall dort, wo diese Maske weiß ist, wird dieser Filter angewandt. Überall dort, wo diese Maske schwarz ist, wird dieser Filter nicht angewandt. Und in den Bereichen dazwischen entsprechend abstufend. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Filmkorn diesem Bild hinzufügen möchte, also ein Rauschen, so möchte ich beispielsweise erreichen, dass dieses Rauschen in den dunklen Bereichen zu sehen ist, aber zum Beispiel nicht in den sehr hellen Bereichen. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal als Ziel. Ich werde das Filmkorn entsprechend hinzufügen, zum Beispiel relativ stark, damit wir es auch richtig sehen, so zum Beispiel. Und jetzt erstelle ich eine sogenannte Luminanzmaske mit nur einem einzigen Klick. Auf diese Art und Weise sehen wir jetzt neben der Bezeichnung Filmkorn diese kleine Vorschau dieser Maske. Und wir sehen im Bild, dass sich dieser Filter jetzt erst einmal auf diese hellen Bereiche des Bildes auswirkt. Und so sah das Bild vorher aus, so sieht es jetzt aus. Das heißt, hier in diesen hellen Bereichen und auch hier diesen hellgrauen Bereichen ist das Rauschen gut zu sehen. In diesen dunklen Bereichen hingegen so gut wie gar nicht. Vorher, nachher, vorher, nachher. Wenn ich das Ganze genau umgekehrt haben möchte, muss ich entsprechend diese Maske invertieren. Dazu habe ich hier oben jetzt aber keine Möglichkeit. Deshalb muss ich auf diese kleine Vorschau dieser Maske mit der rechten Maustaste draufklicken und hier sagen, invertieren. Auf diese Art und Weise sehen wir das Rauschen jetzt eher in den dunklen Bereichen und weniger in diesen hellen Bereichen. Ich werde das Ganze nochmal kurz invertieren. Achtet mal darauf, dass jetzt in den weißen Bereichen oder hellen Bereichen das Rauschen gleich wieder verstärkt wird und aus den dunklen Bereichen verschwindet. Ich klicke auf Invertieren. Zack. Und schon ist hier das Rauschen verschwunden und hier wieder verstärkt worden. Das heißt, in den Bereichen zwischen Schwarz und Weiß wird das Rauschen nur teilweise angewandt. Deswegen sieht man es hier zum Beispiel nach wie vor auch im Bereich der Haut. Das heißt, mit Hilfe einer solchen Luminanzmaske kann man entsprechend der Luminanzinformationen der Helligkeitsverteilung im Bild eine Maske anwenden und so zum Beispiel in den dunklen und hellen Bereichen und den Bereichen dazwischen abstufend die Wirkung eines Filters definieren.